hallo heute geht es um das datei management wir haben ja schon gelernt dass sich in jedem kanal in jedem team ans einfach da unten wo steht neue unterhaltung mit der büroklammer eine datei hinzufügen kann ich mache das jetzt einmal ganz schnell und ich will ein arbeitsblatt über vierecke hier zu fügen ich will hier meine mondreif aussuchen oder mathematik arbeitsblätter vierecke und ich will die pdf datei besondere vierecke hier hochladen das geht relativ schnell schreibe hier noch eine nachricht hinzu liebes und das mache ich eine erwähnung htc für das team das team und noch eine kleine arbeitsanweisung sie sollen das ausdrucken und schulebungsheft kleben und die vierecke benennen und ich gehe auf senden beim schülerzolle 01 der diesem team angehört gibt es eine neue nachricht hier oben bei aktivität ich gehe gleich unter vierecke wurde es auch angezeigt bekommt und da hat er diese nachricht schon bekommen er könnte sie jetzt mit den drei punkten menü online öffnen herunterladen oder einen link dazu abrufen er kann natürlich auch darauf antworten vielleicht mit dem daumen hoch dann habe ich nämlich die gewisse hat er hat es auch gesehen alle diese dateien sind in diesem kanal unter dateien auch dann gesammelt wenn hier mehrere dateien zusammenkommen diese dateien haben einen vorteil und auch einen nachteil der vorteil ist alle können diese dateien bearbeiten und der nachteil auch alle können diese dateien bearbeiten ich meine also damit zum kollaborativen arbeiten ist dieser weg ein sehr guter wenn ich ihnen aber dateien zur verfügung stellen will diese nicht bearbeiten sollen gehe ich in den kanal allgemein und hier auf die registerkarte dateien und hier auf kursmaterialien all diese dateien die hier speichere sind für jeden schüler sichtbar aber er kann sie eben nicht bearbeiten es hat sich bewährt dass ich hier auch neue ordner anlege hier mit neu und die ordner name vergebe ich am besten nach den namen der kanäle das heißt also 0 1 für die prozentrechnung ich habe hier mal diese vier ordner angelegt wie gesagt benannt nach den kanalnamen es macht hier sinn dass ich zum beispiel arbeitsblätter die ich munter ich behandle hier rein stelle dann kann sich der schüler die zu hause auch noch mal ausdrucken es gibt ab jetzt auch keine ausrede mehr dass sie irgendwelche arbeitsblätter verloren hätte beziehungsweise spart man hier auch kopierkosten wie kann ich nun dateien hochladen ich gehe nun im ordner kursmaterialien auf den unterordner den ich gerade angelegt haben und 3 4 ecke und dann einfach da oben auf hochladen jetzt könnte ich einfach einzelne dateien oder ganze ordner per drag and drop hier hinein ziehen und wie man sieht es ladet sich hoch und diese datei ist ab jetzt verfügen das würde natürlich auch mit einem ordner oder sogar mehreren ordner wenn ich einfach mehrere ordner hier markiere und diese dann einfach hier rein ziehe würde das ganze auch gehen alles kein problem wie wir sehen hier haben sich ganze ordner eine weitere möglichkeit haben wir ja schon kennen gelernt und zwar über den chat hier kann ich ein einzelne schüler oder an einzelnen lehrer auch einfach mit dieser büroklammer dateien zur verfügung stellen indem sie hochladen wenn schüler euch dateien schicken sollen also zum beispiel eine hausübung eignet sich dieser weg aber nicht so gut hier wäre dann die registerkarte aufgaben von unserem interesse das erkläre ich aber in einem nächsten video